Interessant. Lampe. Ah, ja, der Schrank. Naja, dann. Ne, das ist keine, was ich mit dem Boot machen könnte. Ich habe irgendwie... ... ein sehr blöd Gefühl. Rostige Teile. Okay, da haben wir noch was. Okay, da... ... will gar nicht wissen, was da drinne war. Naja. So, das hier ist nur so ein kurzes... ... Ding. Ja, äh... ... Ethan. Danke. Voll verrostet. Ah, perfekt. Das hilft mir aber auch nicht allzu sehr weiter. Ja, ähm... ... und jetzt... ... achso, hier. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen mal wieder nicht. Oh, ich habe so ein ungutes Gefühl. Ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache hier. ... ah, herzhaft. Was zum... Oh, oh. Kann doch nur Heisenberg sein, unser müchtiger Magneto. Nicht schlecht, Winters. Nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir entwegt. Ich schieße jetzt nicht. Ach, du Scheiße. Sagt... ... auf... ... Weg... ... der Seel. Ähm... ... da geht's bergab. Ins Wasser. Pfui. Ich nehme alles zurück, was ich über den coolen Heisenberg gesagt habe. Er sieht nicht mehr cool aus. Bastard. Na, jetzt nicht auch noch nachtreten. Der Typ ist eh schon hässlich genug. Das ist doch ein Witz. Ein Witz. Ich glaube nicht, dass es ein Witz ist, weil... ... irgendwie hat keiner gelacht. Aber Heisenberg ist an sich eine coole Sau. Außer diese mutierte Form. Aber die ist irgendwie bei allen ein bisschen... ...bleh. Entfernen. Ich drücke nichts. Chris! Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Ja. Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Bitte was? Sie ist eine Bio-Waffe. Hat ihre Form verändert und dir Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bringe das zu Ende. Das heißt... Bullshit! Mia war die ganze Zeit Miranda. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen! Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen! Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ja. Uns allen. Gib mal den Schlüssel. Welchen? Achso, den. Ich hab mir auch lieber so den Kopf geschmissen. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Ach! Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz. Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann ihn nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Schönes Handy. Sie haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Panzerwagen. Panzerwagen, ja. Panzerwagen, ja. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug. Wir treffen uns dann oben. Alles klar. Wir holen deine Tochter da raus. Versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Ähm, ist das eine Anspielung auf den DLC von Teil 7, dieses No More Hero? Kann ich jetzt bitte wieder steuern? Ich will erst absuchen, weil eventuell hier noch ein paar Trönchen rumliegen. Oder irgendwas. Ja, wie zum Beispiel Erste Hilfe-Dingsbums. Dann hier noch ein Kistelchen. 1600. Lay, lay, lay. Untersuchen. Houndwolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweisung. Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutermiset infiziert zu haben, was an Relfel Fähigkeiten gab. Darunter Mimikri. Oh, das kenne ich. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen. Sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Aber war sie jetzt die ganze Zeit Mia, auch bei den Bakers? Vielleicht dachte sie, es wäre leicht, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Äh, ich bin jetzt gerade verwirrt. War Mia jetzt wirklich die ganze Zeit oder erst als Rose auf der Welt war? Muss ja dann eigentlich wegen... Also war es in Teil 7, das war die Original... Was ist denn mit der Original Mia bitte passiert? Mit unserem Angriff hat sie wohl nicht gerechnet, deshalb muss sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, als alle Mitfahrenden getötet sich dann und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht wie geplant, aber letzten Endes hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nutzen könnte. Ein Kampffahrzeug. Das aus einem Metall-Polymer-Verbund zu bestehen scheint, kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie es ihm schmeckt. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Noch nicht. Oh, wir können auch mal saven. Perfekt. Perfekte Momente. Darf ich jetzt mit dem Ding fahren? Halten. Ja, halten. Panzerwagel fahren! Metall-Polymer-Verbund? Na, Hauptsache es schießt. Hauptsache es macht Heisenberg kaputt. Ich komme, Rose. Das ist Locken. Zielen. Okay, das ist das. Das ist MG, okay. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Aber das Blocken ist cool. Mit Kettensäge. Hm. Harmonendlich, also, okay. Schöner Panzerwagen. Oh Gott, wie lange dauert die Aufzufahrt. Was für eine Ladezeit. Dann blocken wir doch noch ein bisschen. Ich fühle mich gerade wie Ash and Evil Dead. Heisenberg! Du Gottverdammte kleine Kackraulake. Du glaubst, du bist mir erwachsen? Gut. Dann will ich wenigstens entschmung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echten Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Arm lehnen. Autsch! Wirst du auch angeschnallt? Ha ha ha! Ha 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 ha! Komm schon! Ha ha ha! Unterschätze die Liebe eines Wachers. Autsch! Ha 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 ha! Hat er gerade Autsch gesagt? Sehen wir das zu Ende! Ich blöcke! Verneige dich vor meinen Stahlkörper! Dafür bin ich diesen verfluchten Weibwolldang schuld! Ha ha ha! Ich tüte sie mit der Knacht, die sie mir glaubt! Ein Sohn, der ihr im Buch bestätigt! Ja, wir müssen ja nur auf die Schwachsch! All die Jahre unter der Fucht mit dieser Schlampe! Na! Ich würde ganz gerne mal vorbei, wenn es möglich wäre! Wenn es möglich wäre! Wo sehen wir hinter ihm? Ach, Scheiße! Hilf dich wohl für Missander Schlau! Ha 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 ha! Ja, war eigentlich so gedacht! Ich habe genug von dir! Ich kann nun wirklich nichts dafür! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hast du Spaß? Nee! Jetzt wird's ernst, Ethan! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Aufsichtslos! Hab ich recht? Geh auf! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht David gegen Goliath! Das ist Ethan gegen die Apokalyze! Ha 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 ha! Wenn du das sagst! Nicht mal wüsst du, worauf ich schließen soll! Zu schlauigen, ein einzelner Fan! Ha 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 ha! Stirr, als würdest du nebenhängen! Ha 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 ha! Ich brauche Heilung! Ich habe ja genug! Beeindruck! Ha 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 ha! Ja! Ha 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 ha! Einmal draufschießen! Er rostet ein bisschen! Ha 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 ha! Aufsichtslos! 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 Ha 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 ha! Lass ihn immer wieder sehen! Du hättest meine Deal annehmen sollen! Ich fliege! Es geht nach Oz! Du siehst Rose in der Relle! Ey, da war mein Panzer! Panzer! Komm her! Panzer! Panzer! Panzer fahren! Und dann gehört Rose nach mir! Das war aber glaube ich gerade Sequenz! Ich habe eigentlich nur R2 geduldet! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Nein! Der Kampf war cool inszeniert, aber weiß ich nicht! Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Kampf! Oha! Das ist deine Eisenberg! Was ist deradinger Vielen Dank.